Es gibt originelle Kapitalismuskritik, es gibt ziemlich abgestandene Kapitalismuskritik, es gibt konstruktive Vorschläge und ziemlich dumme Vorschläge, vor allem aber gibt es sehr, sehr viel Kapitalismuskritik. Den Kapitalismus selbst, ja, den dürfte es eigentlich schon fast nicht mehr geben, zumindest wenn man dieser Sachbuch-Flut Glauben schenken mag, die schon seit Jahren immer wieder aufs Neue beschwören, dass diesmal aber wirklich der Zusammenbruch des gängigen Wirtschaftssystems unmittelbar bevorsteht. Der Brite Jason Hickel hat jetzt auf diesen hohen Stapel ein weiteres Buch gepackt. Er schreibt darin, gegen die Tyrannei des Wachstums, so lautet der Titel und unsere Rezensentin ist die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Hallo. Hallo. Ja, als ich Sie gefragt habe, ob Sie das Buch rezensieren mögen, da haben Sie zwar zügig zugesagt, aber insgeheim doch so ein bisschen die Augen verdreht, oder? Ja, weil man fragt sich wirklich, warum schon wieder eins? Also es gibt ja so ein Genre inzwischen fast von englischen Anthropologen, die an guten Universitäten lehren und die links sind und die dann irgendwann so ein Buch schreiben müssen. Und Jason Hickel hat es eben jetzt auch getan. Und man fragt sich wirklich, oh nee, nicht schon wieder jetzt so ein Buch. Aber wenn man es dann liest, ist man doch überrascht. Also nicht wegen der These, die ist so wie immer. Also da gibt es gar keine großen Überraschungen. Aber es ist so eine Art elegant und irgendwie auch skrupellos geschriebene, weil eben wenig wissenschaftlich und eben in so einem großen Wurf geschriebene Geschichte des Kolonialismus und des Kapitalismus, die bei ihm auch gar nicht zu einem natürlichen Ende kommt, sondern er sagt eben, man braucht schon politischen Willen, um das alles abzuschaffen. Er fordert natürlich auch diesen politischen Willen. Aber es ist eben ein wirklich elegant und gut geschriebenes Buch. Sie sagten jetzt gerade schon, viele britische Anthropologen tun das. Er ist nun auch einer. Trotzdem haben Sie jetzt gerade gesagt, nicht wissenschaftlich geschrieben. Das klang aber wie ein Kompliment. Ja, ist es auch. Also der ist Wissenschaftler, schreibt aber eben auch als Journalist für den Guardian und für andere englische Zeitschriften und Zeitungen. Und das merkt man auch. Also es ist eben wirklich ein Buch, was im guten Sinne skrupellos ist. Und wie lautet seine skrupellose Analyse? Naja, es ist eben die Geschichte der Unterwerfung. Also er sagt, Industrialisierung und Globalisierung sind eigentlich zwei Instrumente, um die Herrschaft, die Weltherrschaft zu erringen. Das hat auch so etwas Verschwörungstheoretisches, was man den Linken ja immer vorwirft, was in diesem Fall aber auch sehr deutlich wird. Also eigentlich waren zuerst die Spaniern alle schuld durch die erste Phase der Kolonisierung, dann die Engländer. Jetzt sind es die Amerikaner, die alles zugrunde richten und eben überhaupt kein Interesse haben. So denkt er an einer Entwicklung des globalen Südens, an einer Entwicklung von Entwicklungsländern. Er sagt auch, dass dieses ganze Gerede davon, dass Armut zurückgehe weltweit durch die Globalisierung, das sei Quatsch. Und dann macht er abenteuerliche Rechnungen auch auf, warum es Quatsch sein soll. Also im Kern kommt er zu der These, dass Industrialisierung und Globalisierung eine Geschichte der Unterwerfung ist, die bis heute andauert. Sie erzählen das jetzt in einem leicht süffisanten Tonfall, sie wirken aber gleichzeitig durchaus angetan. Ja, es ist auch faszinierend, weil erstens schaffen die Neoliberalen es nie, solche guten Bücher zu schreiben und eben auch so amüsante Bücher, auch eben mit so einem Schwung solche Bücher zu schreiben. Die sind da eben ganz anders, die sind viel trockener und grauer. Aber es ist eben auch tatsächlich, man merkt auch, und er sagt eben auch so, ihn habe ich immer fasziniert, dass es Leute gibt, die in drei Monaten ein Buch schreiben können. Also die wirklich das so in einem Flow zustande bringen. Und da hat man schon so ein bisschen den Eindruck, dass das hier auch der Fall war. Und das hat bewunderlich, das fand ich toll, das liest man auch. Und inhaltlich würden Sie seiner zornigen Analyse zustimmen? Nee, ist totaler Quatsch. Also inhaltlich halte ich das wirklich für eine gewagte und auch eine kühne Art, eine Geschichte zu schreiben, auch für eine handwerklich sehr gelungene Art. Ich glaube aber, dass es sachlich falsch ist. Also zu sagen, Entwicklung ist eben immer eigentlich eine Entwicklung in der Herrschaft und auf der anderen Seite die eigenen Entwicklungen laufen auch immer gut, das halte ich für total falsch. Man sieht eben einfach in vielen Ländern der dritten Welt, wie Klicken, wie Aristokratien, wie Militärherrschaft übernimmt und es eben nicht gut macht und eben es auch aus eigenem Antrieb nicht gut macht. Also Hickel sagt eben immer, klar, alle sagen, das sei so. Aber er sagt halt eben, eigentlich stecken hinter allem, was schlecht läuft, die Amerikaner. Und hinter allem, was gut läuft, stecken die eigenen Leute. Und das kann man so nicht halten, zumal da nicht, wenn man mal genauer in die Geschichten einzelner Länder guckt. Es waren eben nicht immer die Amerikaner. Vorhin in der Lesart, da ging es schon um ein Buch, das als bessere Alternative ernsthaft auf solche Länder wie Venezuela, Kuba und auf die Philippinen blickte. Das sind Länder, die zwar tatsächlich Geld an die Armen umverteilen, aber von Korruption, Hunger und teils wirklich Bürgerkriegsartigen Szenen geprägt sind. Welche Gegenentwürfe bietet Hickel als Lösung an? Naja, im Grunde ganz ähnlich. Er sagt halt eben, ihr müsst den Ländern viel mehr eigene Entwicklungsmöglichkeiten und eigene Wege lassen. Es muss eben viel mehr Sozialismus in die Politik wieder. Und wenn man den ganz großen Entwurf anschaut, den der Sozialismus ja schon mal hatte im 20. Jahrhundert mit Russland und den Staaten, die Russland verbunden waren, dann weiß man auch, warum das gescheitert ist. Und da, finde ich, ist dieses Buch dann eben nicht mehr aufrichtig und eigentlich auch nicht mehr akademisch solide. Man kann es gut lesen, aber man sollte es dann eben auch weglegen und sagen, das ist eine Utopie. Das ist fernab jeder Realität wahrscheinlich. Vielen Dank, Ursula Weinfeld. Danke Ihnen. Wir haben über Jason Hickels Buch Die Tyrannei des Wachstums gesprochen, wie globale Ungleichheit die Welt spaltet und was dagegen zu tun ist. 400 Seiten für 22,99 Euro erschienen bei DTV. Vielen Dank.